Ach, die Gitti ist morgen bei ihrer Freundin im Garten? Na, Heinz, dann könnten wir uns doch eigentlich mal treffen. Dann kann ich doch rüberkommen. Heinz, wir machen beide einen Schnelltest. Und dann setzen wir uns bei dir in die Harten bei euch. Was hältst du davon? So, alles in Ordnung. Heinz, wenn du noch ein paar Jahre darauf wartest, bis es da irgendwie ein Heilmittelchen gibt, da wartest du bis zum Schwarzwurst, Heinz. Und die Leute kriegen jetzt ihren dritten Pieks, jetzt werden die langsam sauer. Ich habe das schon gelesen, ich habe mich geschrieben, ich habe schon zwei Impfungen hinter mir, jetzt noch das dritte Mal pieksen, will ich nicht. Ja, also das ist ja ein Wahnsinn, was da abgeht. Du, Heinz, das gibt nur einen fünften, sechsten und siebten Pieks. Ich schwöre dir das, ich lasse mich nicht pieksen. Nee. Pieks mich am Dornenbus, aber nicht an der Nadel da.